Ich bin Marco De Lago, ich und mein Bruder Luca. Wir fahren gemeinsam bei der Red Bull Crash Dice Serie mit. Wir sind österreichische Ice Cross Downhill Athleten, sind 2014 der Weltmeister geworden und sind im Moment dabei den Sport in Österreich aufzubauen. Beim Ice Cross Downhill ist eine wichtige Komponente natürlich, dass man mit den Hindernissen, die Sprünge, die Steilkurven und eben die Landungen und so weiter klarkommt. Die Firma Like Ice produziert Kunststoff Eis und hat eben die Idee gehabt, dass man das natürlich auch ähnlich wie im Skatepark auf Konstruktionen befestigen kann und in dem Fall wird es dann einfach eine Schanzen, eine Quarterpipe, eine Funbox und so weiter. Das ist ein Riesenspaß für alle und eine neue Aufgabe natürlich auf flachem Eis, das bis dahin noch keine Schanzen und Landungen und so weiter gesehen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Cabo Watch list! these bitch shine. APL.cy SS Green wird niemandнали weshalbige Masa wir